An-rem-moye-gezut Also, Volksmiliz die Lescht Das geht los, wahrscheinlich am... Kinniflöchsten... Äh, die Hüt gesit Boah, ey, ich hab mein Letzebüüß sich richtig guthaut Ich hab mein Letzebüüß, huiuiuiuiui Moment An-rem-moye-gezut Ah, putain Ich hab mein Letzebüüß, huiuiui Also, Obklärung Ähm, schon mal tatsächlich Boah Tränke kaufen Schon mal neue Barfuht Ähm, schon Die, äh, Stoffe aufgehen Und da hat sich wirklich gelungen Die, die feuer braune Lederhubben Sind zwar, äh, ein bisschen Kast anmachen Sie holen mich nicht Zwischen 7, 6, 7, 8 Schon 15 rausgeruht Schon da feuer gebraucht Könnte er sich ausrechnen Schon 15 Gold ungefähr Äh, 15 Gold, 15 Silber Sollte mich ist gut Aber bei 500 Ruf Was cooles Hallo, machen wir das Ähm Ähm Uiuiui Uiuiui Uuuuuh Auch hier Bandit Oder was war das noch Klar, vor allem geht's fort Ja, oh, merci Uuuuh 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 Leder wie wirklich Oh, schon schlecht Oh, schon schlecht Oh, schon schlecht Ja, mit meinen Blacksmith Eier schon noch zacher Rüber Geschäbten hier und so Uuuuh Uuuuh Das ist gut, als die zwei Die brauche ich an der 10 die Am rarsten verträgt sind Genau die zwei Waren sie nicht Boah Okay, da gucken wir mal Dass wir die irgendwie ähm Ich fange mal hier unten Und dann Einander könnten das musst du ein tut lieblichen stadt brucht Das ist mein Trank. Die heute Passage ist immer eh von den Schwierigsten von der Volksmilizien. Wenn du die einen schwerer von tut, die heute sind, wegen der Rarität von den Toten zwei. Das ist immer so eine Sache. Aber ja, es lohnt sich immer irgendwelche Strassenräuber. Ja, so wie es ihm das geht. Hier geht es nach, weil es nicht alle gut auf dem Fleck sitzen. Aber ja. Das können wir Pirscher gut. Ja, wenn es auch am linken Tisch geht, muss man den Gift benutzen. Gut, 15 geht. Hui. Schon mal haben wir einen Kaffee gemacht. Ja, in letzter Zeit brauche ich Kaffee, dass ich nicht schlafen muss. Und schon der Teut noch, dass ich nicht schlafen muss. Das ist schlimm. Die können sich nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Oh. Eine kleine Lasche. Das ist die nächste. Ja, aber mir ist Luffy-Text. Okay, Pirscher und Hundschluck. Das ist auch die Knochenhainz. Gut. Das ist wohl scheißegal, ob es scheu ist. Irgendwie, weil es Dinge geklaut kriegen. Aber. Äh. Okay. Okay. Ja, tun wir das auch noch. Also. Ähm. Hast du. Ja. Da hast du ja. 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 Der ist also wirklich mega 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 Zaufall. Mega Zaufall, dass es eben irgendwo so geholt wird. ich habe es nicht mehr gewählt, ich habe es nicht mehr gewählt, ich habe es nicht mehr Ich muss ja viel mich schnell killen. Gottverdammt, das war... Ähm, was brauchst du noch? Fragezeichen. Ähm, Straßenräuber brauchst du? Äh, zehn, zehn, zwölf. Äh, ich, ähm, zwölf. Äh, Straßenräuber sind eigentlich die, die am häufigsten da sind. Die brauchst du aber auch nicht. Hallo, Martin, ich kriege nicht mein App, da kann ich mich einfach holen. Ähm... 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 Acht? Was ist ein Achterbehalter? Ein Gliedertasche mit acht Platzen. Okay. Ja, ich muss gucken, dass ich auch ein Ineer herkomme. Acht Platzen. Ja, so geht es mir immer permanent. Ich muss heute nicht sterben. Wird das hin, hinter 17. Überwältigen. Absolut. Der tote man... ...verkillern. Ja... Hm... Ja, ja... Dann wird... Wenn... Ich sag mal, die conceit zu tun... Äh, äh, mit dem... Mit dem DING-deut... Äh, der des... Er schläft einfach, der des... Einfach knallt. Der kallt. von das gilt gleich noch ein bisschen im herz die mensch filmisch wird das film schnell für mich schnell schritt man und mit ganz viel chance gehen das kommt denken ja blab war den duten kommen wir von level up yes gut und so gut okay das stopp das stopp also gut für die ist halt leider leider ja da muss man tatsächlich rasch gehen rüstung brauchst du lohnen all zu viel früher in musik atlantin glaubt mir ja rüstung spielt eine rolle aber vor was loben ich weiß das eigentlich wie die rest Ja, aber zwei Schubkirchen. 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 Ja. 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 Ganz feiner Kerl. Das kann auch so viel kommen, dass ihm so Leute helfen. Ja, das war ein bisschen ambitioniert. Das hat mich schon nicht so viel erst gemacht. Das ist nicht so. Ich will das Gebiet einfach irgendwie fertig kriegen. Unterwiegend tun das nicht. Gut. Dann weiterlaufen. Oh, dann gucken wir mal. Ich frage, wo man bis hin geht, muss man es geholt. Kannst du vielleicht noch einen Punkt bringen, respektive? Ich brauche die Sachen. Ah, ähm, 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 was ich vergisst? So, ähm, komplett vergisst. Stadio Gishtoff versucht uns zu rufen bei der Bank. Ja, Bank gesehen ist ein bisschen asozial. Ein bisschen, was er noch auf Schlafformul geguckt hat. Oh, okay, beweglich. Wie gesagt, ja, okay. Ja, so eine Reihe. Rein deutscherweise kann der Schlaf irgendwelche Dinge machen. Ähm, in ihren. Ähm, looking for group.tm. Das heißt, ja. Das heißt, ja. Das heißt, dass du so ein Schlaf so den, äh, 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 der Limit ist, ja, äh, Blut kannst du auch gut. Ähm. 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 Fünf. Fünf. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Sechzehn. Und da kriege ich einen auf so. Ähm. Sechzehn. Und ich ver, ich ver, ich ver, ich ver, ich verdenke mir diese, so, so gut mal nicht. Wenn, wenn, wenn ich, wenn, wenn ich, ne, ah, ne, du, du darfst nicht mal gucken. Einfach, so, so möchte ich den, ähm, bitte. Ähm, bitte. Also, ähm, wenn Helio sieht, ah, ne, ähm, zu laut haben, du verstehst voll ganz. Weil die Leute hätte gern, dass der, ähm, zwanzig passt. Ursch, segen, ja, das geht so. Wir haben auch Leute, schon mal zirsch, segen, mal geholt. Du wenigst. Das ist auch nicht, äh, äh, durch mal so durchgecarried an der Hintergrund. Das ist auch bei mir, wo da geschieht. Weil ich laut ja natürlich. Ich hätte gern den Hummer von dem komischen, äh, äh, erhochzt. Anders hätte ich dort die gerne fertig. Ja, komm, komm. Heil der Mond! Heil der Mond! Du kackst Basteenst, der Boss. Heil der Mond! Gut. Ähm. Okay, DD sehe ich schon fort. Looking for group DD. Okay. Ich nutze mich nicht zugeholt, weil ich eben zu laut bin. Entschuldigung, dass es lange braucht, wahrscheinlich wieder zu schreiben. Hm. Da war ich angeblieben. Entschuldigt. Oh, ich habe schon gesehen. Ja, ähm. Ich habe dann, äh, bei mir eine Lefbank angerufen. Weil ich nämlich ein Formulär für etwas brauche. Ähm. Ähm. Volksmiliz da. Ähm. Da war der, der, der Rippen. Und ich. I. 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 Ich hab's in der Richtung. Und, ähm. Und, ähm. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe eine Haudergerin. Einfach mit dem Fahrzeug zu sagen. Und das ist mir egal. Ich erkläre das mal. Ich weiß nicht. Ich wähle dich. du hinder an der Freizeit für den Dokumenten, für verschiedene Sachen brauchst du, das ist leider so. Ich versteh ihn auch, wenn Leute das freuen für verschiedene Sachen, gut. Und ich komme dann dahinter, ja, sprich dann an das, könnte man die, ähm, dem Asozialfurt am Gescheh, ja, ähm, ja, die Leute aber essen nicht gesehen, ich komme schon, ich benutze das Essen nicht, aber vielleicht zweimal am Jahr, wann vielleicht dreimal am Jahr? Ja, wir können das da nicht, ich habe gesagt, Madame, das ist mir egal, schickt Geld, ich weiß, das kostet Geld, das kostet dann, ähm, was kostet, 15 Euro kostet, wenn ich meinen Drucker kaufe, wo ich zweimal am Jahr vielleicht brauche ich, genau das, das Dokument auszudrucken. Du, du, du verstehst das Problem. Gut, und, ähm, ich habe gesagt, nee, aber ich, schon das nicht, gell, ich habe keinen Drucker, den vielleicht rausdrucken, ja, mit der Gitter, ah, da könnt ihr ja, ähm, erst bei einem, ähm, kollegen haben, und da könnt ihr das rausdrucken. Ähm, dann ist der Madame erklärt, dass, dass das dann ganz dumme Idee ist, gell, dass ich das nicht machen, weil das ganz, ganz, ganz blöd ist Schwachsinn aus. Für was soll ich mit meinen persönlichen Daten, ähm, das machen? Für was? Ich weiß ja nicht, was den, ähm, Computer, äh, hoort, was ist das Programm, respektiv, ähm, ob ein, ähm, 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 den Defender von Windows hat, ob ein Kaspersky hat, ob ein Noten hat, egal, ich weiß nicht, was ist das Standard das? Ja, aber du kannst nicht mehr, nein, das geht nicht so, ah, nein, ähm, verschiedener, da, ähm, die sind auch auch so coolant, verschiedene, ähm, ähm, äh, Dinge, wo die Daten schicken, die akzeptieren auch, wenn du das per Pabaya-Form schickst, und das andere per, ähm, per E-Mail. Das geht doch. Das, das ist schon relativ schwierig für mich, wie das ist, wie zu handeln, weil ich manchmal die E-Mail umhutte, weil E-Mail, äh, ich lebe, eine physische Form, eine Pabaya-Form, du kannst nicht mehr verändern. Und wenn ein E-Mail, äh, der Schipferin diesen Spössermord Computer auskennt, weiss, wenn er doch mal alles machen kann, oder wenn er das nicht machen kann. Du denkst, du, das ist die Sache, wir müssen uns, äh, die Quatsby dahin holen. Ja, und du weiss, Schipferin, dass das, äh, äh, 50 Shady of Grady gehen kann. Gut. Und, ähm, ja. Und du hattest, äh, äh, und du, ja, blablabla, das lag ganz lang hier. Und du hattest tatsächlich dann direkt, ähm, 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 angerufen, äh, bei, äh, bei, äh, bei hier zentral, bei ihren Dingen, und dann gesagt, ja, äh, Monsieur Dom, äh, du entscheidest, ja, hättest du dem Herrn erklärt. Und du könnt ihn, ja, okay, wir verstehen das, äh, äh, und dann gesagt, ja, das kostet und so und so. Und ich so, das ist mir wirklich herzlich egal, ich brauche das Dokument, ich brauche das, und, äh, dringend. Ja, okay, so und so. Und du hattest auch noch, warum hier am Band dieselbe, dieselbe Stingen, bla bla bla, bla bla bla. Äh, und, äh, für den ganzen Scheiß aus dem Bett zu gehen, um es, ähm, nicht ein bisschen abzuregen, ohne sonst wird wie viele Schmeater aus, bei ihr schon frei ehrlich, womit die Medusa-Statue, wo wird noch nicht. Äh, ned, 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 nein, ned, 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 und irgendwo, nein, da gehst einfach ich weiß nicht. Hier schon vor hier, muss die Statue sein. Was ich für mich wahrscheinlich mache, ich werde wahrscheinlich die Dutz-Dualgün umklappen. Und ich gucke, ob ich meine Dutz-Statue hier vorne bin. Aber ja. Weil, was war es hier? Ach, der nicht. Der Läufer, Krieger, das kein Problem. Just die Toten, die sich relativ schwierig an den trüben Augen halten. Aber whatever. Abends vielleicht den dummen Pfannen, den hilft mir dann den Ding zu killen. Oder den Opferpfannen. Ja, der wenigste. Es sind da. Ich hoffe, direkt schon da unten. Also ja. So was ist. Könnt ihr mal da helfen. Könnt ihr mal schicken. Hatsch hat dann auch gerufen. Madame ist so aggressiv, wie ich schon immer sehen. Wenn Leute mich so machen. Ja, so und so, bla bla bla. Und natürlich. Madame, ihr da ist, ihr in der Spiegel aufhängt. Ich brauche das. Ich habe keinen Drucker daheim. Er hat ja erklärt. Ich weiß, dass das 15, 20, 30 Euro kostet. Ich brauche das. Ja, das wollte ich erst so. Weil man erklärt hat, dass da keine Drucker hat. Und dass das mal mit den Dingen da rüber geht. Das hat keine Option für euch das genau. Und du hast ganz leid. Und da schickt sie mir das. Und man hat ganz viel Chance. Könnt ihr da. Ja, da muss ich jetzt schon eine Post. Und da kannst du das dann direkt weiter schicken. Das wäre total cool. Ob es so klappt? Weiß. Es ist persönlich lohnt nicht. Aber das ist cool, wenn das nicht funktioniert. Wenn hier lohnt es auch. Bleibt doch. Bleibt doch. Bitte bleibt doch. Bleibt doch. Ah, merci. Oh. Ja, das wollte ich noch nicht. Das wollte ich noch nicht. Das wollte ich noch nicht. Aber das habe ich so gewollt. Und es ist schon aktuell. Verschiedene Leute haben ja eine gewisse Reserve und Kraft für verschiedene Sachen zu machen. Es ist schon die Nutz. Der Tisch von ihnen. Wenn ich am Gischee etwas frohen. Weil eigentlich etwas selbstverständliches aus. Und Leute. Mengen sie missten. Ja, sie sind ja auch im Kampen. Sie mengen sie missten mich. Ah, gut. Normalerweise merken schon mal, wenn sie fortläuft. Ah, nee. Ich bin auch noch gekillt. Okay, ich bin auch noch gekillt. Gekillt und nach gezählt. Ich bin auch noch gezählt. Passt. Das ist gut geworden. Ja. Ähm. Da muss ich dann wahrscheinlich einen ordentlichen Strich gehen. Am Dingen. Ähm. 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 Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ähm. 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 Ah. Ja. Ich kann es nicht mehr. Kein Problem. Also, wenn man solche Sachen schreibt, da kommen die Leute, die sagen, ja, meine Leute, wenn man das schreibt, dann schreibt man, ja, okay, cool, danke, aber trotzdem, viel Spaß, aber noch ein guter Laud, und dann, wo die Leute sagen, oh, die Leute sind freundlich. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich vermeide tatsächlich irgendwie so an Bankschalter zu gehen, wo ich sagen, vielleicht muss ich es machen, weil ich lehne dir eigentlich die Kappe an, zumindest, das funktioniert aktuell nicht mehr. Ja, aber, was auch immer noch mit meinem Einen Dritten da kommen dann, ähm ... Ähm, okay, ich lasse dich schon geklbt, wo ich relativ schwierig finde, aber ja das ist eine andere Sache, ja, und dann, ähm, eine da rein, eine da rein rein, eine rein, okay, ganz gut ein 방법es Attention, ganz gut. Gut, gestirbt, so gegründet und heil und do, das bringt wirklich. Dann, ich sehen wir euch beim nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gemacht und dann, an Frank, ja, ciao gesagt. Tschüss!